Ich begrüße dich herzlich auf meinem Handarbeitskanal SheepLawFool und hier geht es um alles, was wir mit den Händen machen, häkeln, stricken, spinnen, manchmal auch kochen und backen. Sei du mit dabei, like meine Videos, kommentiere und du kannst auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und dann bist du so wie jetzt gleich mit dabei, wenn es wieder heißt, es gibt ein wunderschönes Video für dich. Viel Spaß beim Video! Das ist von unserem wunderschönen Herbstprojekt, der dritte Teil, das zweite Video. Das erste verlinke ich euch unten in der Infobox, damit ihr auch gleich von Anfang an diese Bastenmütze nachstricken könnt. Und ich hatte euch versprochen, dass ich jetzt praktisch euch meins mal zeige, wie weit ich jetzt bin. Das ist übrigens alles der erste Teil. Wir haben hier hochgestrickt, dann diese 15 cm mit Zunahmen und alles andere steht unter dem Video Teil 1 von der Bastenmütze. Jetzt kommt Teil 2. Teil 2 beginnt hier mit 5 Reihen ohne Zunahme. Das wird dann praktisch so und geht dann wieder nach innen zurück. Deswegen brauchen wir hier 5 Reihen. Wenn du dicke Wolle hast, glaube ich, dass dann auch 3 Wollen reichen. Wenn du mit deiner dicken Wolle jetzt zum Beispiel eine Wintermütze machst und nicht wie ich mit Baumwollgarn eine Sommermütze als Baskenmütze strickst, dann habe ich hier wieder diesen Farbwechsel schon vorgenommen, den ich hier überall habe. Und es geht in diesem Video um die Abnahmen. Ich hatte jetzt nochmal eine Reihe blau. Jetzt kommt wieder eine Reihe hellblau. Und ich muss jetzt erst noch euch erklären, wie wir die Abnahmen bei dieser Mütze, dass dieser Teller von innen, das hatte ich euch ja gesagt, das ist wie, wenn ihr jetzt von der Unterseite unter den Teller guckt, ist praktisch, dass die Unterseite vom Teller und wir müssen jetzt praktisch die Mütze hier oben gerade wie ein Teller zustricken. So, ich hatte jetzt den ersten Farbwechsel auch schon mit Abnahmen. Jetzt kommt praktisch mein hellblau wieder. Und hier seht ihr auch, was ich euch im ersten Video erklärt habe mit Ihr müsst hinten die Hälfte der Maschen von der Seite aufnehmen und dann habt ihr hier nochmal die Hälfte der Maschen hier übrig. Das waren am Anfang bei mir von der Seite 10 und von der Seite 10. So, wie gehen Abnahmen? Wir sind ja jetzt am Ende einer Nadel. Das heißt, du kannst das vergleichen wie beim Sockenstricken. Du musst das jetzt hier auch zusammennehmen mit rechts verschränkten Maschen. Die eine Abnahme an der einen Stelle geht normal und bei den anderen machst du es ja so zusammen ab. Und das war jetzt hier auch. Du gehst unter beide Maschen und nimmst die rechts verschränkt ab. Jetzt siehst du, dass hier, hatte ich das ja schon mal mit dunkelblau gemacht und jetzt mit hellblau. Dann schiebe ich mir die wieder alle zusammen. So, und jetzt bin ich wieder am Anfang einer Nadel. Das heißt, hier kann ich ganz normal die rechten Maschen erst mal auf gleiche Größe machen und dann drunter gehen und zusammen stricken. Dann stricke ich praktisch ganz normal die ganze Nadel hier ab. Einfach bis. Am Ende der Nadel ankommst. Dann hast du hier noch zwei. Du gehst von vorne unter beide Maschen und strickst die rechts verschränkt zusammen. So, und dann einfach die nächste Nadel dir vornehmen und dann ganz normal wieder rechts zusammen stricken. Erstmal locker machen von beiden Seiten. Weil dadurch, dass du hier zusammengezogen hast, sind die jetzt auch ein bisschen kleiner. Einfach von beiden Seiten locker machen und dann beide Maschen rechts zusammen abstricken. So, und so machst du das jetzt, bis du in der Mitte zusammen bist. Das finale Ende ist, wenn du dann alle Fäden vernäht hast und zum Schluss die Mütze nochmal aufbügeln und fertig aufsetzen und viel Spaß haben mit meiner Mützeanleitung. Und ein Bild gibt es wieder in der Facebook-Gruppe Schieb-Love-Wuhl. Auch alles mit großen Buchstaben. Kommt zu uns in unsere Facebook-Gruppe. Da gibt es sehr viel Bonus-Material. Und ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Und wenn du das an einem anderen Tag siehst, ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüssi, sagt eure Nicole. Von Schieb-Love-Wuhl. Yeah. Vielen Dank.